Erster Lauf, 300 Meter der Frauen. Anna-Sophie Bellerich auf der Bahn 4. Das ist Hendrike Richter vom SCC Berlin, jetzt in Führung, die Läuferin auf der Bahn 3, dahinter Anna-Sophie Bellerich. Das sieht so aus, als wird ein Berliner Sieg. 38,19 die Zeit für die Siegere des ersten Laufes im letzten Jahr. Die Zeit für die Siegere des ersten Laufes im letzten Jahr. Die Zeit für die Siegere des ersten Laufes im letzten Jahr. Die Zeit für die Siegere des ersten Laufes im letzten Jahr. Das Laufes im letzten Jahr.